Die Russlanddeutschen sehen sich noch immer als ein Volk auf dem Weg. Sagt die Mama, ich will nicht nieder. Ich bin schon alt. Was soll ich hinfahren in der Germanien und dort sterben? Ich kann ja auch hier sterben. Mir reicht auch der Platz zu meinem Grab und beerdigt. Und die Kinder können fahren. Ich sage, die Kinder fahren, fahren. Wir haben viel zurückgezogen. Wir haben hier wieder gearbeitet. Und die Leute arbeiten. Und dann haben wir die Deutschland angefangen. Die Deutschland, die Deutschland haben. Ich sage, was die Deutschland? Die Deutschland ist hier, wo ich bin. Und da... Mein Sohn macht mein Papa nur, es ist schon weg alles. Ja, sag ich, es ist weg, nur du ist es nicht weg. Nein, 141, es war für uns ein schweres Jahr. Alle Deutschen von der Wolga mussten nach Sibirien fort. Alle Deutschen von der Wolga mussten nach Sibirien fort. Alles mussten wir verlassen, Haus und Hof und sich und Land. Wälder, Felder und die Kirchen dort wo unsere Wiege stand. Wenn ich nur ein Vogel werde, an die Wolga fliehe ich hin. Ob mein Nest ist eingenommen, ich möchte doch nicht sehen ihn. Ob mein Nest ist eingenommen, ich möchte doch nicht sehen ihn. Das Lied, das kommt in die Trudarmäe. Da habe ich es gelernt. Ich will es immer noch singen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020